Wenn du Klavier spielst und wenn du zwischen 6 und 11 Jahre alt bist, dann bist du herzlich eingeladen zum Hähnle Klavier Wettbewerb für Kinder auf YouTube. Du kannst wertvolle Musik Knoten oder einen unserer Geldpreise gewinnen. Mein Name ist Anne Bauknecht und ich arbeite im Hähnle Verlag in München. Tausende von Kindern haben schon einmal oder sogar mehrfach teilgenommen, deshalb kennst du vielleicht schon die Teilnahmebedingungen und Regeln. Wenn nicht, besuch einfach unsere Website oder hör dir auf dem Hähnle YouTube Kanal die Preisträger aus den Vorjahren an. Alles, was du tun musst, um teilzunehmen, ist eines der wunderbaren Klavierwerke von Frederic Chopin aus diesem Band zu spielen. Wir von Hähnle wünschen dir ganz viel Spaß und natürlich viel Glück. Wir von Hähnle wünschen dir. Hähnle wünschen dir. Hähnle wünschen dir. Hähnle wünschen dir.